einen wundervollen guten morgen digital tomaten nomaden herzlich willkommen aus berlin krass halb acht uhr morgens hatte um sechs wieder aufgestanden und ja beziehungsweise fangen wir erstmal von ganz vom anfang an gestern den ganzen tag nicht gefilmt außer ein paar kleine highlights die konnte ich mir dann doch nicht entgehen lassen bist du ready demoliert zu werden ja ja und jetzt sind wir im strahlendsten sonnenschein auf den weg zum busmannhof und fahren nach vorne eine mega geil mega geil nach den ganzen krassen letzten wochen habe ich über bock drei tage wenn die ostsee das ist schön bist du kannst ob du dich freust ja es wird schön da ist nämlich mindestens genauso geiles wetter wie hier herrlich worten am start hier voll geil neuer erhungenschaft einige haben letztens nach dem link zu dem rucksack gefragt ich packe euch den und rein drohnenrucksack umfunktioniert zu reise rucksack ich habe jetzt die drohne da rein gequält und habe auch noch irgendwie alles mögliche andere klamotten und zeug es war nicht so easy aber es hat gepasst voll perfekt morgen dankeschön was wäre die ganze geschichte ohne eine zünftige bortolentzene wundervoll ihr lieben es geht in die ostsee richtig geil warte bünde ich freue mich monstermäßig drei tage strand sonne herrlich bisschen bisschen ideen sammeln bisschen gedanken sortieren bisschen verarbeiten was in den letzten wochen und monaten abgegangen ist und die richtung für die zukunft setzen so richtig richtig geil heute gibt es das frühstück von gestern einmal vor verdaut nice das geschmeckt wir haben gerade schon einen kurzen zwischenfall mit joghurt im rucksack gehabt oder ihre kompletten klamotten mit joghurtsoße eingeschmiert ehrlich mehr davon später oh yes wir haben es geschafft ist angekommen nice gute fahrer hat video fertig geschnitten es ist gerade am exportieren paar minuten muss ich jetzt noch schaffen mit der externen festplatte wir sind da und es ist so geil wir sind da hinten angekommen und jetzt nicht zugehen wir sind da hinten angekommen jetzt laufen wir hier drei schritte wo lust ist dein erstes mal in der ostsee unglaublich ich bin noch nicht mal richtig am strand und ich finde es schon toll aber fast wir haben gleich gestafft da vorne ein glück dass wir die skateboards dabei haben ja können wir richtig schön fahren am strand geil im wasser wir lassen uns von der drohne ziehen das wird ein ding ich weiß aber noch gar nicht genau wie hier die situation bezüglich drohne ich habe vorher ein bisschen ein bisschen gegoogelt gehabt und nicht wundern dass ich hier komische dinge mache ich muss nur das laptop wieder aufklicken und hier ist überall naturschutzgebiet und so da darf man natürlich nicht fahren aber ich bin gechillt hier sind gesund so schön jetzt muss ich da noch mal springt zwar noch nicht rein ist erstmal nachher ins rbb einchecken und hand sich organisieren aber ich muss zumindest dann doch ganz kurz mal die wassertemperatur checken das ist herrlich ist zwar arschkalt aber wenn natürlich daher trotzdem mal reingehen guckt euch das an ihr lieben es ist eine wohlzeit es ist eine wohlzeit ihr könnt ihr glaubt gar nicht wie angenehm das gerade ist nach den krassen laptop reichen wochen in letzter zeit einfach mal hier barfuß lang schlendern die sonne genießen einfach ein bisschen nachdenken paradise alter wer braucht scheiß bali oder thailand oder whatever wenn man einfach in die ostsee fahren kann und es hier einfach so paradiesisch schön ist nachdem wir uns jetzt hier einen wolf geschleppt haben um unsere ganzen ein jetzt macht er nicht die ab die abfälle aus dem rasenmeer weg mensch ich kann mir lieber so schön mädchen smoothie bezieht es sieht so tropisch aus weil ich bestimmt direkt mit mir direkt ein einhorn wachsen wenn ich den trinke das schmeckt aber richtig geil das guanabana drin kennst du das nö kennst du nicht probier mal das ist so eine kennst du sherry moya ja oder oh mein gott ist das eine geile farbe ist voll geil direkt instagram aus der flasche so zeit für eine challenge alter krass ha worked nice jetzt ist spannend so tell your beer ausgecheckt und wir sind jetzt hier gerade es ist irgendwie merkwürdig wir sind hier einfach mal unten rein das heißt parkstraße 52 und das ist jetzt hier ihr seht ihr unten so ein seminarzentrum oder sowas da sind wir jetzt einfach mal hoch und geilerweise gibt es hier ein tomatenrote sofa wir dachten schon so alter das ist das ist das ist hat genug auf uns gewartet und jetzt ist das aber hier voll komisch wie ein bisschen so eine uni featuring dahin steht hörsaal so eine praxis keine ahnung gerade bei dem typen angerufen der meinte ja das ist schon richtig seine schwiegermutter schickt er jetzt vorbei die kommt in zehn minuten und bringt den schlüssel vorbei hier müssen wir direkt mal auf dem balkon raus wundervoll und vom bett auf j ja das ist ein traum oder ja ja auf jeden fall ich ziehe mir gleich ein das ist mal der absoluten jackpot das ist eine der ganz wenigen wohnungen die ich bisher hatte die in echt geiler sind als auf den bildern auf den bildern sah die gar nicht so spektakulär aus ich habe nur den ausblick gesehen also die können dann noch wesentlich mehr marketing machen dann kriegen sie noch mehr gäste zieht euch das rein balkontisch ausblick wir sind hier luftlinie ne paar meter wir könnten hier ok nicht ganz aber sei an die drohne und dann hier abseilen halt guckt euch das an das wohnzimmer ist überschickt das wohnzimmer hat man auf den fotos gar nicht gesehen es gab nur den ausblick das war eigentlich gar nicht so cool und hier auch noch schlafzimmer hier geht es auch noch raus hier kann man noch komplett aufmachen oder oder das ist irgendwie ok lassen wir das das wohnzimmer muss ich auch noch mal film das ist der knaller aber guck mal hier du kannst hier auf stillen örtchen sitzen und den strand sehen was oh sorry hier kann man auch noch mal raus meine fresse meine fresse ich muss euch mal ganz kurz das verhältnis demonstrieren wie man als youtuber in den urlaub fährt guckt euch das mal an also das ist alles technik ne hier kabel kopfhörer festplatten shit zweite kamera dritte kamera und so weiter und so fort hier drone stuff handy zack kabel und so weiter wundervoll gehen wir kurz weiter und das sind meine klamotten eine jeans zwei t-shirts einen pulli eine kurze hose zwei unterhosen ein paar socken man muss einfach auch prioritäten setzen man kann nicht alles haben ich hab vorhin ja in der fahrt die gestrige tomatenschuh vorgestrige tomatenschuh geschnitten wir werden jetzt mal hoch und ein paar andere sachen erledigen und in der zwischenzeit könnt ihr euch mal hier diese fette aussicht reinziehen wir sind jetzt kurz vor sechs schön jetzt noch mal baden die sonne ist noch da wow die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Konferenz noch reinkommt nach dem 400. Event am Wochenende in Berlin. Auch so viel krasses Feedback, so viel Kommentare, so viel E-Mails. Ich bin bei allen Plattformen im Rückstand, aber ich gönne mir jetzt ganz bewusst diese paar Tage in der Ostsee echt ein bisschen Auszeit, um den Fokus zu bekommen für die nächste Zeit, um dann nächste Woche wieder voll anzugreifen. Freue ich mich auch mega drauf. Aber wir brauchen ein Stück weit eine neue Richtung. Wir brauchen so ein bisschen Nordstern für die nächste Zeit. Der wird jetzt hier gerade rauskristallisiert. Und ja, deswegen seid mir nicht böse, wenn ihr nicht direkt auf alles eine Antwort bekommt. Wird auf jeden Fall nachgeholt. Ihr Lieben, that's it for today. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, wann auch immer ihr das Video guckt, und eine wundervolle Nacht. Und schreibt mir mal unten rein, euren ganz persönlichen Nummer 1 Takeaway von der Awesome People Conference. Was ist es? Was habt ihr ganz, ganz konkret draußen mitgenommen? Entweder ein Learning oder was Taktisches von dem Aufbau, was ihr aus meinem Fazit gezogen habt. Irgendetwas, wo ihr sagt, das hatte ich vorher noch nicht so auf dem Schirm. Das bringt mich weiter. Schreibt es mir rein. Bis zum nächsten Mal.